Ja, wir teilen uns hier einfach so ein bisschen auf. Komplett. Und vor allem hier gut was, damit wir dieses hier abfappen können damit. Also hier kann man ruhig mal gerne weit außen sechs Panzer oder so haben. Der Light spottet bitte links einer. Also keiner in die Mitte. Ein Heavy hier hinter rein. Doch, doch, doch. Der ein Light fährt in die Mitte hoch. Wir müssen ja auch was sehen. Okay, aber... Ja klar. Yo, Prost! Jo. Bin ich dabei? Ah, da haben wir doch Spaß. Sieht aus nach einem 1er-Push. 1er-2er. Wir haben dann gleich Highdown bleiben hier. Beziehungsweise können wir das überhaupt halten? Nein. Ist echt schlecht. Du kommst hier auch... Ich würd's aber probieren. Ich würd's probieren. Wir müssen Jack hier halten. Wir kommen mit denen hier wieder zurück. Einer kann von mir aus hier bleiben. Wenn du hältst einen Spot hier rüber. Versuchen das einfach zu halten. Was denn lasst in euch rein fahren. Ich muss hier wirklich hier vorne ran fahren, weil ich da Highdown spielen kann. Kommst du mit dem Leiter noch um raus, oder? Oh. Halle, Junge. What a waste. Was war das denn, ey? Krass. Ja, du hättest direkt wegfahren müssen, ne? Ja. Du siehst, dass die kommen so... Gibt's hier irgendwo krasse Highdown-Positionen? Die halten nicht immer eben so an, weil da ein Light steht. Ja, der Scorpion kann sich in einem Bunker gut ein... Ja, das war der Airstrike, ja. Nice. Nichts. Ja, 112er pusht über die Mitte, genau. Wir brauchen hier mehr Support, wenn die gleich hier hochkommen. Grandfight, lass mal den 112er da rausnehmen. Ich komm hier mit über rechts mit dir. Bounce. Wollen wir den 112er versuchen rauszunehmen? Wollen wir den 112er versuchen rauszunehmen? War die Scheiß jetzt Gold-Only, Alter. Ich muss hier erstmal die Schüssen aufreichen, aber ja, können wir gerne. Da steht aber noch ein 50 TP hinter. Ja, ja, ich... Ich gucke mir jetzt erstmal. Erster ist gebounced. Nice. Der hat Angst. Und Scorpion G steht bei mir auf der Base. Ja, die hinter mir sind und HP haben Maus und Schisch, komm ran jetzt. Warte mal, fahr mal zurück, fahr mal zurück. Ich fahr mal jetzt hinter. Der Scorpion G von denen ist auch übel. Das ist halt ja, okay. Fogetto wegmachen. Versuch ihm jetzt mal trotzdem ein zu geben. Oh, das war jetzt bitter, ey. Versuch den One-Shot rauszunehmen dahinter. Camillo und Kalium. Mach den Camillo weg, einer. Wer hat hier noch HP? Maus, go, 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 go. Lorraine steht hinterm Stein. Okay, steht sie nicht. Nice. Der 112er ist hier ein bisschen ekelhaft. Vom Sumore wegfahren, wenns geht. Oder nein, den Sumore müssen wir pushen. Können wir irgendwas gegen die 112er hier machen? Nee, ne? Ja, warte, lass Sumore pushen. Oh, der hat 50 TP. Push. Er hat gebounced. Boah, nee, jetzt kommt der andere, Alter. Boah, was ist hier los, Alter? Ich werde die von einen Seiten beschossen. Kurz zu halten. Raus auf den Sumore und schießt auch. Navanna überleben. Nicht sterben. Double track. Instant. Jetzt fressen. Warte mal, ich nehm den, ich nehm den, ich nehm den TP raus. Er ist den 112er auch im Kart von dir, Kritiker. Hilfe, Hilfe. Alter, was machen die? Wieso penetrieren die mich alle? Wo ist der Scorpion G? Der steht hier hinten. Der, der Scorpion G ist hier hinten. Wir pushen jetzt über die rechte Seite. Scheiß auf den Scorpion G. Dass die nicht dann aus der Mitte nochmal nach hinten kommen. Müsst ihr jetzt eigentlich sehen, wenn er zurückfährt. Ja. Okay, wer hat noch HP? Ich habe noch 700. Ich brauche ihn jetzt auf. Scheiß auf den Scorpion G. Ganz ehrlich, mach die anderen beiden weg. Könnt ihr mit auf die anderen kommen? 112er ist relativ low HP. 112er ist für die Heavy Tanks in One-Shot. Wir sind beide für Heavy Tanks in One-Shot. Ich weiß nicht, wie du ausgehst, aber wir haben keine mehr. Hier rum, hier rum, hier rum und dann helfen. Er könnte da nicht lasern. Ja, die trinken Alpha als die Lorraine. Hat die Lorraine an HP? Fahr mal außenrum mit der Lorraine hier unten rein, bitte. Alter. Ist voll. Werte von den beiden Heavys abgehemmt. Einer muss nur schießen können. Der Scorpion rotiert. Der steht jetzt hier vorne in dem Busch drin. Ich kann auch den einen Heavy eigentlich traden. Ah, scheiße. War weiter außenrum, dass du nicht aufgehst so schnell. Die 74? What the fuck? Ja, hab ein paar eh geschossen. Hei macht immer Schaden. Deck dir halt. Okay, Phoenix, fahr mal vor. Oh. Nice. So, ich fang mir jetzt den Schuss von dem, äh, 50 TP. Der Scorpion kommt hinter mir. Ja, okay, das war easy jetzt. Maus halt, äh, halte Stand. Hat geschossen. Kannst du ihn fangen, dann kann ich ihn klippen. Ja, hab. Gut gefahren. Im Schaden wieder hinterher gefahren. Mega, gut Schock. Sehr schön. Replayed. Das war sehr gut. Bis auf unseren Light, der hätte er wegfahren müssen. Ja, ja. Da haben wir so Fame-Moves halt. Ich sag dir, zu 95% der Zeit hätte ich nicht ein Easy-Schuss dazu kommen. Das Replay ist schädlich, Ducky. Das war's für dich. Ja, mach doch. Das war's.